Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Cyberpunk Wir machen Aufträge und diese, weißt du Die hatten wir ja alles, oder? Äh, da ist denn er? Alles mitnehmen, alles kann man verkaufen Was ist dieses Blinky-Blinky hier? Ist das eine Kamera? Ist das da hinten? Einfach nur ein anderer Weg rein, oder? Jo Oh mein, ich dachte, ich hab's fertig Nicht fertig Bad ist glücklich, also bin ich glücklich Also kriegst du Eddies und wir sind alle glücklich Auftrag erledigt Danke, wie? Bitte, bitte So, hier Schauen wir, was wir alles verkaufen können Ich glaube, ich verkaufe mal ein paar Waffen Ich hab jetzt nur so wenig Schauen, 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 schauen Es gibt keine bessere Pistolen, oder? N-Nope Und hier Oh Oh, bisschen Ach, die ist haltbarer, ganz einfach Und macht mehr Schaden Aber ich find die, wo ich hab eigentlich recht geil Ehrlich gesagt Ich mag diese Waffe Ist das viel besser, Junge Okay, trotzdem Das ist eine andere Munition, gell? Nein, 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 nein Ach, dieses Ding ist eigentlich auch Mist Weg damit Wie schaut sie mit Big Money aus? Was? So wenig, ne? Dann, genau Also, ich dachte, es ist ein produces Ş amended Was? Was? Oh 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 Da kriege ich so viel von dem Zeug hier. Er ermöglicht das Atmen unter Wasser. Wer halte ich? Alles verkaufen. Das ist ja echt eigentlich nichts wert, das Zeug, oder? Was kriegt man denn für 10 Dollar? Wie, wie halte ich jetzt mal? Was gibt's hier noch? So, jetzt mal alles verkauft hier. Was haben wir denn hier Neues, was Blaues? Das ist aber schlechter wie das, was ich hab, oder? Bonus gegen Gegner mit hoher Bedrohung, Bonus gegen Gegner mit mittlerer Bedrohung. Kritischer Schaden, Bonus gegen Gegner mit hoher Bedrohung, das ist viel besser, was ich hab. Kann man ihm das nicht verkaufen? Sowas muss doch richtig Geld, ich hab 14.000 Neues. Was haben wir denn hier für ein T-Shirt? Was haben wir denn hier für ein T-Shirt? Oh. Das legen wir doch an. Hier haben wir noch was. Und dieses erhöht die Panzerung um 5,5. Naja. Ich verkauf das auch. Was ich hab, hab ich. Hier Hose. Was? Oh, Höschen! Ziehen wir an. Und das Rest verschärbeln oder so. So, 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 so. Schuhe. Gibt's mal bessere Schuhe? Ich frag mich, was dieses Schema ist. Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung. Aber ich müsste meine Waffen mal reparieren. Die darf nicht kaputt gehen, vor allem die nicht. Ich mag die sehr gerne. Oh, kann ich nicht. Dein Level ist zu niedrig, um dieses Item abzudaten. Puh. Was ist denn wann das denn? Was ist das denn? Null 0 Null. Ehrlich. Okay. Wie nah ist es jetzt das Blaue? Das müsste eigentlich sehr nach sein. Da kann man auf so Fuß hinlatschen. Nachdem ich eh nicht mehr weiß wo das Moped ist. Los hielos. Wer kommt denn da? Ich hab nichts, kein einziger Eddie. Ich hab nichts, ich hab nichts. Ich weiß von nichts. Ich hab nichts, ich hab nichts. Ich hab nichts, ich hab nichts. Ich hab nichts, ich hab nichts. War das die Gegend schon, oder? Ich hab nichts, ich hab nichts. Du bist nichts, du Mader. Ich hab nichts, ich hab nichts. Ich hab nichts, ich hab nichts. Ich hab nichts, ich hab nichts. Soll mal einer sagen, ich räum hier nicht auf? Ich hab nichts, ich hab nichts. Ich hab nichts, ich hab nichts. Ich hab nichts, ich hab nichts. Ich hab nichts, ich hab nichts, ich hab nichts. Ich hab nichts. Kannst du reden? Das ist wichtig. Was ist wichtig? Ich habe vielleicht eine Lösung für unser gemeinsames Problem. Ich habe Kontakt zu einem alten Freund von Arasaka aufgenommen. Er ist gerade hier in Night City und kennt einige ziemlich einflussreiche Leute. Ah, ja? Es wäre ein Anfang. Warte mal. Ich muss weg. Hab sie! Gott, verdammt! Was ist das? Ich habe das eine Baffe. Das ist ein paar Baffe. Das ist ein paar Baffe. Nein! 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 Oh! Halt, ich bin mir vorbleib! Mann, das kann doch wohl nicht wahr sein. Es explodiert das scheiß Auto. Beim letzten Mann, unfassbar. Unfassbar. Entdeckung! Wie? Kannst du reden? Das ist wichtig. Was ist wichtig? Ich habe... Habe ich den Sie gehabt? Habe ich den Sie gehabt? Hier den hier will ich. Vielleicht eine Lösung für unser gemeinsames Problem. Ich habe Kontakt zu einem alten Freund von Arasaka aufgenommen. Er ist gerade hier in Night City. Und kennt einige ziemlich einflussreiche Leute. Und wie genau hilft uns das? Wir können uns treffen. Du? Ich? Und der besagte Freund. Du sagst ihm, was du mir gesagt hast. Was wirklich im Kompeki-Prasa passiert ist. Es wird schwer sein, ihn zu überzeugen. Aber... Es wäre ein Anfang. Einige Scheiße! Was war das? Na gut. Wo und wann treffen wir uns? Ich habe einen Tag. Wenn es dunkel ist. Ich schicke... Ich kann gerade nicht reden. Ich kann gerade nicht reden. Ich kann gerade nicht reden. Also... Wo waren wir? Wir sehen uns dort. Wir sehen uns dort. Wir sehen uns weit. Wir sehen uns da. Was ist das? Ich bin so gut Hast du jetzt, Chiss? Wieso kann ich keine Granaten schmeißen? Was ist denn das? Okay. Fuck, dich mach ich kalt! Ah, mit der kann ich durch die Dinger durchschießen. Gute Pistole. Greed and Greed, baby! Alles weggeputzt. Jetzt gehst du so schnell, bekommt man seine Sachen wieder. Hey! Okay, der Auftrag kamer hinter uns. Was hast du eigentlich mit den Boxen auf sich? Beach Control. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Wir können ja auch mit der Karre fahren. So, wohin jetzt? Also diese Gegend hier. Den noch schnell oder was? was ist denn das hier hier kannst du mit kohle habe ich jetzt 16.000 hier müsste ich noch mal hin um aufzuräumen die ist immer noch besser die lille was ist das denn die sucht besser schilds gewissene Panzerung erschützt ich Meiner ist einfach nicht mehr so haltbar, gell? SPS ist... Schaden sind die eigentlich gleich. Hier bin ich doch gar nicht ausprobiert, hier. Alles verarbeitet... Na also... Habe ich jetzt keine Autos? Wo war das das? Erhöht den Schaden an Oberkörpern um 10%. Gut. Yo Baby, yo Baby, yo! Sag Au! Au! So, wohin? Noch ein bisschen... Oder wieder ein bisschen Story? Wollen wir da ein bisschen Story machen? Die Haupt-Story-Channel... Automatic Love... Bedrohung, Hochbedrohung, Mittel... Wo war das mit diesem Autokauf? Human... Beat on the Breed... Irgendwo konnte man noch Autos kaufen... Aufträge... Cyber... Wo war das mit dem Auto? Keine Ahnung, welches war denn das jetzt mit dem Auto? So... Downtown Street... Bedrohung, Hoch, Mittel... Okay, da war wieder ein bisschen Story... Perfekt... 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 Was ist denn hier mit den Sounds? Wenn du es zu leise hast, hörst du gar nichts... Und nicht auf 100... Verdammt nochmal... Wollen wir mal 30... diving in den Augen... recoge in den Augen... Eine ricchehat der 60.. Super Aber das sehen wir in der nächsten Folge Danke fürs Zusehen Ciao euer Opfi